Du hast gewartet, bis du einen vor die Linse kriegst. Nö, ich bin auch meinen Terrorisch hinterher gelaufen. Echt? Ja, zum Schluss. Okay. Am Anfang aber hat man dich kaum gehört. Ja, später bin ich dann immer hin und her gelaufen. Der ist dann immer aus dem Voraus, hat sich irgendwo hingesetzt und hat dann gewartet. Zum Schluss haben wir dich ja immer so ein bisschen von außen taktriert. Ja, weil ich immer oben auf dem Turm saß. Ja. Und wenn der eine nicht geschossen hat, hat der andere halt geschossen. Wer tötet jetzt wem am Anfang? Ja, das geht nicht. Das geht schlecht. Das geht nicht. Funktioniert nicht. Wir stehen alle drei umherum. Ja, deswegen sag ich ja, das funktioniert nicht. Einer bleibt stehen. Ja. Das funktioniert nicht. Geht alles. Ich weiß worauf. dich gut ausdruckt. Wo ist nach der Ecke? Ja, hallo. Ah! Ha! Wir haben uns geklingelt, als ich gekillt. Ihr habt uns geklingsklar gekillt. Ja, alle tot. okay auch nicht schlecht was und da beginnt ihr schon wieder okay alles klar weil ich habe mit dir gleichzeitig aufm eis geschossen echt ja ja okay und ich weiß nur gleichzeitig haben wir beide abgedrückt gegeneinander ja wir haben bestimmt abgeknallt der stange hatte ich machst du gerade wieder video ja na toll okay muss doch ausnutzen irgendwie höre ich gerade gar keinen mehr von euch ein generator richtig du hast den generator jetzt angemacht ja super eine schallplatte so weit höre sind die drohler da die singt das titel sieht das nennt man analog das kennt die heutige generation nicht mehr die kennen nur digital heißt mit einer nadel werden schallenwellen von einer großen platte heruntergezogen genau dem sein leben nur aus musik und kunst besteht ja aber du bist älter als ich und jünger als ich du wirst gar nicht alles wie alt bist du ein paar 40 ne ja da würde ich noch hinkommen ach so mal ist hier aber hat jemand gerade von euch auf dem vor weil ich bin gerade einmal aus außen rum gerannt ich gehört ich hab dich auch gehört toll wenn wir der einzigste der sich hier bewegen tut oder was nö da rennt da jemand ja aber ich nicht im gebäude sagst du im gebäude wir sind keine andere gegner ich höre nämlich dosen und so weiter will ich doch nur aufscheuchen er ist im haupt vor drinnen langweiler jetzt müsste er nur wissen woher ich woher ich das höre ne wahrscheinlich weil er in meiner nähe irgendwo ist ah sehr richtig dumm wieder mein aufzug nach oben ja mhm ja Kibbi ich dachte wir wollten uns gegenseitig in die Hände laufen nur ich renne hier die ganze Zeit rum und suche euch nur ihr versteckt euch hier irgendwo das Problem ist ich glaube ich hab den Eisauto von der anderen Seite irgendwo gehört in die Hände laufen ja in die Hände laufen kein Problem ich bin da wer noch ah ne Falle ja mehrere hm er hat den Aufzug nach oben geholt wer du irgendwas hab ich gerade gehört Türmäßig oder Aufzugmäßig irgendwas ja bestimmt einen Aufzug runter geholt oh ok da ist einer umgefallen es sind zwei umgefallen aber ich hatte nur ein Feld jetzt zum wiederbeleben ja ich hatte nicht da hinten rennt einer und da ist der Eisauto und ich hab den anderen auch gesehen schon ja die sind alle drei hier ouch der macht wie einen auf Heckenschütze der Typ hier hinten ich wollte gerade reinkommen deswegen ich bin da abgesehen das kann doch nicht wahr sein zum dritten Mal gleichzeitig ey ich ich das ist doch langsam witzlos hier oh ne wir haben uns zum dritten Mal gleichzeitig ja das ist geil ne das ist scheiße nur gut dass es keine Punkte gibt ja nur interne ok da kämpfen sich wieder zwei ich machs anders ich komm mal runter zu dir Eis oh nein der andere kommt auch gleich um die Ecke Eis wo bist du Eis Eis da ist der Eis da ist der Eis der war einer tot da schießt wieder einer Ah! Wurde jemand getötet? Ja, ich hab... Du? Ich hab hier den Eis getötet. Nee, nee, ich hab den Eis getötet. Ach so. Wir haben einmal Hütchen wechsellich gespielt. Ja. Wer ist jetzt gestorben? Nein. Ich hab die wieder. Ich hab die Position mehr drin. Ich hab die siebro Maria kilo CE tranquil. Yeah, ich hab die Wurde 1982 der K trailer. Wo hat er mit. Ja, ich hab die prendre. Wo sind die du K und ab. Wenn du Och in die Leute wieder också reuทt. Dig Dick Haarland und traf es nur mit officers erf ⇒ mismuss. El Film Kαarland. Wir nehmen zwei Tage mit Sch***. Er macht Dür dysfunction丢. Wir tran tripod und schで versn McCarthy. na wo seid ihr denn irgendeiner zündet gerade was ok von der seite irgendwas ging ja gerade in die luft ja da war einer in der ecke aber wenn ich ehrlich bin ich habe dich auch schon vorher beobachtet und ich wusste dass du in diesen gang reingerannt bist und hab dich beobachtet und dementsprechend wusste ich dass hier irgendwo sein muss du probierst auch wie ich da aber ich habe dich beobachtet wie gesagt ich habe ich beobachtet wie du von der wieder in den gang reingerannt bist und deswegen wusste ich dass du irgendwo sein kannst und wenn plötzlich die schritte aufhören dachte ich mir ok dann sitzt der irgendwo da brauchst du wieder eis verschwunden hat ich mir irgendwo wahrscheinlich die deckung gesucht wie hat der ray liotta gesagt in born to be wild kann draus kann draus kann draus kann draus da hinten sitzt einer da ist doch wer ja von der waffe her du eis trifft nicht aus der entfernung aber ich hab nämlich auch wieder abgedrückt im selben moment aber irgendwie ok hab ich nicht getroffen wurde ja da höre ich jemanden rennen so Draußen ist einer. Irgendjemand ist hier an der Mauer unterhalb. Unterhalb? Hier kein Unterhalb. Ja, da war er gut. Ach, das warst du? Ja. Ja, okay. Ich schieße dir noch acht weitere Arschlöcher, wenn es sein muss. Ich habe nur gehört, dass einer an der Mauer entlang gelaufen ist. Ja, deswegen habe ich auch aufgehört zu laufen und so weiter. Aber ich war schon unter dir. Die Frage bleibt immer noch, wo ist Eis? Er hat sich in seinem Luftschutzbunker irgendwo verkrochen wahrscheinlich. Nein, ich glaube, ich habe ihn gerade gesehen. An der Mauer. An der Mauer, ja. Ich sehe ihn. Ach, Mist. Er war zumindest gerade hier an der Mauer, aber ich habe ihn nur angeschossen, leider. Ich habe ihn leider nur angeschossen. Wieder im Hauptgebäude, ja? Dörerholz. Dörerholz. Matsch. Und bang. Da kam einer. Da kam einer angelaufen. Ja, ich kam angelaufen. Muss ich falsch machen. Nein. Ach, bitte Obris. Ah, nicht getroffen. Ah, nicht getroffen. Ich habe ihn nicht getroffen. Musik. 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 Äh, wieder ne Bärenfalle ausgelegt, ja? Ja. Nitro. Ja. Du hast Nitro wieder genommen, super. Ja, ich wechsle halt meine Waffen. Ich auch. Das war jetzt die Spectre nämlich. Irgendeine ist hier drin. Irgendeine ist hier drin. Nicht ich. Ich hab keine Munition mehr. Scheiße. Ah, jetzt hab ich die Munition. Was war das denn jetzt? Bogen. Oh ne. Scheiß fucking Bogen ey. Ich brauch ne andere Werfe ey. Irgendwas klappert hier die ganze Zeit. Ja. Dein Leben. Deine Zähennägel. Versuch es nicht ihr, Fridder. Ich versuch's halt immer wieder. Doch, ich versuch's immer wieder. Und ich höre Eis jetzt schon wieder näher kommen. Scheiße. Keine Bulli. Was? Du hast keine Bulli gehabt in der Waffe. Du warst jetzt schon da dran. Scheiße. Ich hab vergessen nachzuladen. Konnte ich nur mit nem Schwert. Also mit nem Messer. Okay. Ah, dass ihr euch mit dem Bogen noch... Also, dir wenigstens ein Einheitsbaron. Okay. Ne, du hast sogar mit der Waffe abgeknallt. Weil ich... Ja, da... Ja, danach. Am davor. Und beim Eis verschießt sie immer nur daneben. Das war Eis. Der hat direkt an der Leiter gewartet, bis ich hochgeklettert bin. Nein! Ja. Nochmal. Ich bin beim Scheiben. Ich bin beim Nachladen. So. Jetzt haben wir da. Also, ich und Eis haben uns grad gezofft. Wo ist der Kiwi? Aber wenn man wiederbelebt wird, warum... Wären die Waffen nicht direkt nachgeladen. Nee. Das ist... Mist. Ich pickt irgendwas. Wir gehen mal ne andere Waffe nehmen hier. Nein. Nein. Danke. Sollst du nicht stehen bleiben. Irgendeine ist grad krepiert. Ja, Eis. Ja, und ich hab den aufgezogen. Du hast mir gar nichts fangen. abgezogen. Doch, da stand er doch da. Nein, du hast nichts getroffen. Ah. Du hast mit in die Peicherrichtung. Aber wo ist unser Herr Baron jetzt hin? Er hat sich versteckt. Er hatte Angst, die Leiter hochzugehen. Ah, da ist er hin. Auf beiden Seiten höre ich jetzt... Echt jetzt? Ja. Der eine ist beim Gehege da draußen, hier beim Dings-Tor aufmachen. Irgendwas ist hier gerade gewesen. Irgendeine schießt hier gerade irgendwas auf mich. Schauen wir uns die Climper hier. Der Generator hier, der geht wie auf den Keksen-Schaltstelle. Ja. Ganz ruhig anlassen. Endlich. Shit. Ja. Ahem. Du brennst aber Ich weiß Und weil es so schön war Ich habe keine Munition mehr Das hätte ich alles schön getroffen Das hätte ich alles so schön treffen können Schön Jetzt bin ich dran Was ist das? Ich habe jetzt immer noch keine neue Waffe gekriegt Hier liegen doch überall Waffen rum Ich gucke ja Aber in dem Moment knallt er mich immer wieder nieder Aber da du sagst Label Ich weiß wo du bist Der ist wieder auf dem mittleren Vor Nein ist er nicht mehr Ich habe ihn gerade drinnen sehen Weißt du auch wohin? Ja auf den anderen Turm Ah ok scheiße Wind Der Schaufensterpuppe Ich wusste ich mal Wo du mir gesagt hast Dass du mich irgendwo auf den anderen Dings rennen siehst Das dachte ich mir Ok das kann nur auf der Seite gewesen sein Der muss auch irgendwo noch sein Ich habe mich gerade getroffen Aber ich weiß nicht wo Ah Zeitraum Ah Ende Aber du warst auch noch irgendwo gesessen Ja Ich habe mich ja getroffen Ja ja Aber wie gesagt Ich konnte es nur erahnen wo Ja wo denn Ja auf der Mauer da oben irgendwo Falsch Oder unterhalb von der Mauer halt eben Ja Ja eine Runde können wir noch machen Ja Ich bin noch gar nicht draußen irgendwie Du hast wahrscheinlich Ja 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 das dauert manchmal ein bisschen Aber du kommst gleich raus So dann mischen wir mal die neuen Äh die Waffen neu Ja Definitiv